Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, ich will euch heute zeigen, wie man mit ganz einfachen Sachen von zu Hause ein Stativ machen kann bzw. ein Erklärvideo machen kann. Ich habe hier einfach Bücher meiner Kinder genommen, habe die ungefähr zu zwei gleich hohen Stapeln gemacht, so weit auseinander, dass ein DIN A4 Blatt dazwischen passt. Und dann habe ich einfach irgendwas draufgelegt, wo man durchfilmen kann. Also in dem Fall der Rost von meinem Ofen. Da kann man natürlich was anderes hinlegen, wie zum Beispiel ein langes Lineal, Hauptsache man kann da irgendwie das Tablet oder das iPad oder was weiß ich, was ihr da immer habt, oben drauflegen. Und jetzt seht ihr ja schon, dass man hier diese Kamera aktiviert hat, das heißt ich kann jetzt hier meine Videoaufzeichnung starten und kann hier drunter zu konstruieren anfangen. Ich habe tatsächlich hier noch ein Licht von vorne, so dass es keinen Schatten wirft. Also Licht von oben wirft Schatten, weil ihr seht ja, wenn ich jetzt hier was mache, dann kommt der Schatten von vorne. Aber ist das Licht von oben, dann wirft es noch viel mehr Schatten. So und jetzt kann ich das Ganze machen. Ihr seht ja auch hier, das DIN A4 Blatt ist nicht gescheit drauf. In dem Fall wäre es jetzt bei mir zum Beispiel geschickt, das Ganze eher in Hochformat zu machen, dass das gescheit drauf ist. Aber jetzt muss ich wissen, dass ich quasi erst ab dieser Stelle, wo ich meinen Finger habe, in der Kamera sichtbar bin. Das heißt nur bis hierher sollte jetzt meine Arbeit gehen. Da kann ich mir einen kleinen Strich auch auf dem Blatt Papier machen. Ich werde jetzt auf Pause drücken und werde dann selber die Kamera, die ich jetzt hier habe, verwenden, wer also das Tablet hier wegtun und werde euch dann zeigen, wie es weitergehen kann. Bei meinem Handy, da klappt das jetzt ganz gut, da kann ich jetzt ja sogar einen Weitwinkel reinnehmen. Also ich habe hier zwei Möglichkeiten, einen Zoom zu machen und konnte den Zoom jetzt quasi rausnehmen. Also das war ungefähr auf der Höhe hier, hatte ich drei Möglichkeiten, das näher hin weiter weg zu machen. Man sieht jetzt zwar an der Seite den Bücherstapel, aber das finde ich jetzt nicht so schlimm. Hier kann ich jetzt konstruieren anfangen und auch hier, manchmal ist es ja so, manches kann man, während man spricht, ganz toll beschreiben. Also zum Beispiel, dass ich eine Strecke zeichne, die vier Zentimeter lang ist. Aber manche Sachen, da dauert es einfach zu lang, wenn ich da jetzt irgendwas mache. Deswegen drücke ich in dem Fall auf Pause und skizziere das erst hin. Wie jetzt, passt mal auf. Jetzt habe ich nämlich zum Beispiel einfach eine Skizze gemacht. Und während ich diese Skizze mache, braucht man ja mich nicht hören oder nicht sehen und deswegen habe ich da auf Pause drückt. Und jetzt kann ich ja sagen, welche Größen gegeben sind, je nach Aufgabe. Also zum Beispiel hier 40 Grad oder hier diese Seite mit drei Zentimeter. Und das kann ich währenddessen besprechen. Aber wenn ich dann wieder anfange zu zeichnen, da kann ich dann ja auch währenddessen wieder auf Pause drücken. Am sinnvollsten ist es natürlich, sich zuerst ein Skript zu machen. Wann sage ich was? Und dann funktioniert es auch ganz gut. Häufig muss man ein bisschen aufpassen, wenn man filmt, dass man auch wirklich im Querformat ist. Nicht, dass die Kamera das irgendwie falsch aufzeichnet. Und am Schluss gehe ich einfach auf Stopp, habe mein Video und dieses Video kann ich dann aufs Padlet bzw. in meine Aufgabe reinladen. Das war es eigentlich schon. Also relativ leicht, wie ihr hier arbeiten könnt. Wichtig ist, dass man gutes Licht hat. Dass man vielleicht auch redet, ohne dass jemand im Hintergrund dazwischen blärrt, weil das ja den Ton kaputt macht. Und ganz, ganz wichtig, dass man sich vorher überlegt, was man sagt und was man vorhat. Weil sonst ist es irgendwie so, dann mache ich hier mal drei und ähm 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 oder dass man sich genau im Plan macht. Oder, wie es ich immer häufig mache, ich mache einen Durchlauf und zeige einmal, wie es geht. Und dann schaue ich mir danach an, was würde ich anders machen, schreibe den passenden Text dazu und dann mache ich es gescheit. Also einmal ausprobieren, wie es gehen könnte, sich das anhören, wie man rüberkam und dann erst fertig machen. Also denkt bitte dran an diese Eigenschaften, wie ihr das Ganze bewerkstelligt und dann freue ich mich auf eure Ergebnisse. Tschüss!